hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft wir werden heute mal was anderes machen zwischendurch mal nichts erforschen am forschungstisch sondern wir bauen heute den steinbruch da wir irgendwann mal mehr materialien benötigen brauchen wir auf jeden fall mal einen steinbruch dafür brauchen wir Eisen brauchen wir Eisen und bauen uns erstmal Zahnräder vier stück gold zahnräder Diamanten habe ich auch noch sehe ich nur gerade nicht da so gold zahnräder wir brauchen viel mehr wir brauchen ja viel mehr so jetzt brauchen wir Diamanten und überhaupt zwei so das gold jetzt brauchen wir noch Eisen, Redstone und eine Diamantspitzhacke Spitzhacke man hat hier man Spitzhacke ein Redstone so nachher brauchen wir noch mal drei noch mal da noch mehr Eisen jetzt haben wir auch schon wieder fehlte Eisen ja jetzt der Eisen mal hier jetzt der Eisen mal hier jetzt der Eisen mal hier Klick 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 und so Klick 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 Sie haben wir einen Steinbruch erbaut Er bringt uns jetzt nicht viel Da wir natürlich die größere Stromquelle als das sie benötigen Das reicht ja von vorn und hinten nicht aus. Wir bittigen auch am Ende noch Redstone-Fackeln 4 Stück. Die müssen wir auch schon mal bauen. Die Größe dann zu bestimmen. Das war auf jeden Fall schon mal der Steinbruch. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir den dann irgendwann benutzen wollen, brauchen wir eine bessere Stromquelle. Ich möchte auf jeden Fall Solaranlagen haben. Aber nicht nur Solaranlagen, sondern auch einen Reaktor. Aber eigentlich auch nicht. Ich möchte gerne Strom... Windkraftrad haben. Ein Windkraftrad. Windkraft. Wind... Diese hier möchte ich. Windturbinen möchte ich haben. Die erzeugen und dann Energie. Und man. Wie bitte. Wann soll ich eine Höhe bauen? Da steht aber noch nicht mal wieviel. Wahrscheinlich ist das abhängig von der Höhe. Es gibt diese, es gibt aber auch noch Andere eigentlich Dafür brauchen wir ein Mechanism Für Mechanism müssen wir erstmal anfangen Mit Mechanism Und weil wir für Mechanism Dann andere Rohstoffe brauchen Wir hier gar nicht finden werden Wir müssen da in unserem neuen Haus Eine Miene bauen Und dafür müssen wir natürlich auch erstmal In unserem neues Haus haben Und deswegen werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen Das Haus weiterbauen Wir haben jetzt einen Steinbruch gebaut Wir werden jetzt nochmal ein bisschen Das Haus weiterbauen Wir haben ja noch ein paar große Steine hier Komm mit Und Holzblanker Nehmen wir auch mal mit Das Stein Marmorboden Vielleicht auch in irgendein Raum ein Ich brauche vor allem noch mehr Sand Ich brauche vor allem noch mehr Sand Schlafen Gehen wir noch mal ein bisschen Haus bauen Zum neuen Haus So geht's Ich mache auch nicht immer gerne dasselbe Ich würde es mir machen wollen So ist es mal wieder etwas anderes Also wir werden diese Steine hier verbauen Natürlich könnten wir auch gleich noch eine Höhe bauen, da ja hier eh ein Boden reinkommt. Jaa, ich denke das Haus jetzt mal ein bisschen fertig irgendwann mal. Das gebe ich eigentlich nicht vor weiter zu bauen. Auf jeden Fall ein Glasboden rein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich ja mal anmerken, dass sich das ziemlich unentschlossen, wenn auch das unsymmetrisch ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier mache ich eine Doppeltüre ein. Okay. Vielleicht mache ich einfach einen großen Raum vor. Das werden wir dann mal später sehen. Wenn ich hier die Tür wäre, wäre ich hier. Ja, das heißt hier. Ja, Tür rein machen. Hochgehen kann dann. Okay. 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 Das ist schon wieder dunkel. Es wird immer so schnell dunkel habe ich das Gefühl. Okay. So. Jetzt zunächst müssen wir natürlich Boden verbauen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also ich werde hier mal gucken. Ich werde hier mal ein bisschen komplett durch. Ich werde hier einmal ein bisschen komplett durch. Ich werde hier einmal ein bisschen komplett durch. Ach, genau. Okay. Dann komme ich jetzt mal. Tür. Da haben wir hier einen großen Raum. Nehmen wir doch mal hier so ein geschnitzter Marmorboden, mal gucken wie der aussieht. Das geht so eigentlich zum Key aus und jetzt machen wir das Vergleich mit anderen nehmen. Zum Beispiel ein Grundgeschnitzter Marmorboden. Schöner. 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 Wir brauchen natürlich mehr Marmorboden. Jetzt brauche ich nämlich hier das hin, was sieht davon blöd aus. Eigentlich 32 habe ich nicht so überlegt und dann muss ich es weg. Grob geschnitzter. So, das ist was das. Hier muss ich jetzt noch mal weiter machen. Ich könnte hier noch eine Etage holen. Ja. 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 Ich sage an der Stelle auch, falls euch das Video gefallen hat, dann ist doch ein Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht und bis zum nächsten Mal.